So, jetzt bin ich hier im Kunlai-Gipfel. Ich nehme mal die ganzen Quest ein bisschen an. So, und dann müssen wir sie halt mal schauen, wo alles wieder ist hier. Stutzen hier, ey. Gibt's ja wohl nicht. So, sind die Riesen noch nicht unterwegs, Mensch? Wahnsinn, obwohl ja morgen Ausland vorbei ist, ne? Zack. Ihr seid herzlichst willkommen. Halte eure Augen und euer Herz offen. Mögen die Geister euren Weg segnen? Jawohl, mögen die Geister euren Weg segnen. So, mal schauen wir mal hier. Was braucht ihr? Naja, das abgeben hier. Hab ich gedacht. Genug davon. So, jetzt müssen wir, glaube ich, alles hier haben. Och, hier oben müssen wir abgeben. Schaut, dann müssen wir was hier unten das machen vielleicht. Dann haben wir jetzt ein bisschen den Anfang erst mal. Ein Fremder, er sieht sehr exotisch aus. Nicht anstarren. Kommt, ey, ne? Was wollt ihr von mir? Ich sehe exotisch aus. Aber da, die Schlingel, die... Ach, hier oben ist ja noch ein Quest, sehe ich gerade. Warte. Oh, ich muss erst mal hier den Wichtel über den Herz haubern. Äh, oder nicht. Weil ich den Zauber hier erneuern muss. Diesen, äh, finster Absicht. Oder war das das da? Ich glaube hier. Rie, Jungen, Rie, der Opferung. Der wohl weg ist er. Zack, wo war er weg? So, hier, ah, hier, die Slammerkillen, dann muss ich erst mal das Quest hier noch. So, bis auf. So, es haben wir zwölf Pfeile für Kommande, ich, äh, äh, Kommandantin. Yes, äh, sie, oder für uns? Bleibt konzentriert. Ich bleib frei, konzentriert, Mensch, baby. Muss man hier, nee? Oh, jetzt bin ich schuld. Können wir jetzt rüten, ne? So. Wo ist es denn? Na, was ist denn jetzt? Oh, nee, was ist denn? Ach, den muss ich, ach so, ähm. Ich bin auch schon blöd. Ich denke, wo ist denn der Pfeile? Ich muss den doch hier. Nicht so eilig. Äh, vor, vor. Heil, ne? Heil, ne? Hier ist der Pfeile. So. Können wir jetzt mal gucken, ob wir noch in Dungeon reinkommen, wa? Wenn doch noch ein paar Leute da sind. Ähm, vielleicht haben wir ja Glück. Und, naja, hm. Schauen wir mal. Nichts paar Minuten ist es passiert hier. Dann müssen wir mal gucken, wa? Was eilt ihr so? Die haben gar nichts zu überprüfen, die Fringer hier, Mensch. Ich hab drei. Naja, wo ist das so überstanden, ne? Ich hab ja, wo ist das so gut gemacht? Ich hab keine so gute Mischung sammeln. Ist auch nicht so schlimm. Ich suche halt anders mal, Welte, ne? So. Ach, was ist denn, äh? Ich weiß nicht, wieso es gestockt, fragt mich nicht, ey. Wo ist denn jetzt das, äh? War da eben gerade noch das Ding da? Los, weg. Ja, kommt her, ist er. So, kommt. Das lädt immer noch auf, ne? Vorher hier. Ja, vorher kriegen wir ja mal drauf. Oh, ich weiß nicht, ob ich jetzt auch nicht so hinweg. Ich hab ja auch noch nicht gesehen. Ähm. Das ist jetzt hier auch. Vielleicht kommt er hier wieder, ne? Schauen wir mal. So, ach, übrigens soll ja erst Mitte April, das wär doch besser werden. Oh, das ist leider noch wenig geduld. Hm, au, oh, oh. Ich weiß nicht, ob das noch was ist, oder? Ich weiß nicht, ob das noch was ist, oder? Ich weiß nicht, ob das noch was ist, oder? Ich weiß nicht, ob das noch was ist. Naja, was will man machen, gell? Wir müssen es ja so nehmen, wie es ist. Wir können es ja nicht ändern. Naja, wo ist das eigentlich nicht, weil das will ich ja? Ach, jetzt na ja. Da, wo, ne? Ich weiß nicht, warum? Nimmst du ihn gleich, oder was? Bin ich wohl zu weit entfernt, oder? Shit. Shit, 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 shit. Oh, jetzt guck mal. Oh, ich bleib da stehen. Ach, lieber. Ich muss näher werden. Das war mir klar. Das war mir klar. Moment. Das haben wir gleich. Haben wir gleich. Aber jetzt. Oh, das war's schon. Schade. Super ärgerlich. Ja, wie sieht's denn aus hier? Da wurde doch auch ein bisschen schlechter sein. Ich weiß nicht, dass ich das immer war. Ich würde es richtig noch kurz das wiederholen. Hä? Ehrlscherlich. Das ist doch so ein Pfeil? Jawohl. Sieht's nicht überhaupt aus. Oh, hier, das sind die ganzen Vorletzten. Die muss ich auch mal bitten. Heilen hier, Mensch. Geste die Olle. Nicht so eilig. Nee, nicht so eilig. Oh, sie sind betriebenlos, Mensch. Saurei, ja. Hier ist noch jemand verletzt. Ja, sehr schön. Oh, ich brenne wieder hier, Mensch. Laute Tatendrang. Es war lauter Tatendrang. Hm, jawohl. Jetzt fällt mir das vor nicht ein. Ich hab's nicht was mit Radio gebracht. Ich hab's selber nicht gehört. Ich hab's nur, äh, nicht gehört. Das werden wir ziemlich verwirrend gewesen sein. Und zwar, ähm... Warte, das ging's um eine, irgendeine neue Steuer. Ähm, aber ich weiß nicht mehr, was, was direkt jetzt... Müsste ich jetzt lügen. Ähm, na jedenfalls, haben die irgendwas erzählt. Es geht's um eine neue Steuer. Und, ähm... Ach, warte mal, fällt's ein. Irgendwas, ähm... Hm, na um irgendwas ging's. Um irgendeine Steuer, die soll erhöht werden. Oder abgesetzt, die erhöht werden. Dafür, dass wir dann Deutschland... Äh, mit unterstützen. Naja, dass wir halt ein bisschen mehr Geld und sowas, gäh? Sammeln halt, oder so. Und da haben sich die ganzen Leute wieder aufgeregt. Ich fand das so lustig. Ähm, und dann haben sie halt... Zählt ja, und müssen wir machen. Und dass wir wieder... Ein bisschen mehr, ähm... Geld reinkriegen und so. Bis sie halt dann irgendwann doch mal gesagt haben, April, April... Ich weiß aber leider nicht mehr, was direkt das jetzt ging. Aber... War voll ziemlich lustig gewesen, ne? Und die Leute sich aufgeregt, herrlich. Die Leute sich aufregen können, ne? Wenn's irgendwas, äh... Irgendwas Neues geht, ey. Herrlich. Ich fällte uns ja nur ein. Ich weiß aber nicht mehr genau. Schade. Schade. Merkt man aber auch immer nix, ey. Das ist aber auch... Zumöse Melogen, ey. So, wie... Wie sieht's denn aus hier, Mensch? Oh... Das wird ja mal länger. 14 Minuten. Ja, da muss ich mir echt mal im Dach gucken. Aber jetzt nicht mitten in der Nacht. Ja, aber das glaube ich nix hier, ne? Schade halt. Ich hab ja gedacht, ne? Aber okay. Was soll's? Der Willow war da, ey. Na gut. Das brauch ich. Ganja. Geschick wenn... Was auf Wurore? Es ist immer, was auf Wurore ist. Mit step four. Keine von Scherz домой sah. circumstant. Die jemals rein. Der ist nicht rein. glummen. Die ist ein bisschen rein. Ich kann euch auch an der Gluck. Ich hab nicht mal gemerkt, ob hier Zeit kommt, Schatz. Naja, jetzt ist es doch noch... Hä? Jetzt ist es jetzt... Armes Viech, Mensch, hä? Und dann machen wir den hier noch nieder und dann haben wir ihn so die Szene voll. Okay, wir müssen ihn jetzt schon mal. Ja, dann sehen wir noch weiter her, Mensch. Das dauert leider etwas länger. Gut, dann müssen wir mich wohl noch abschieben, ne? Weil ich muss dann doch langsam mal in die Falle. Und... Ich geb mir noch das Quest schnell ab hier vorne. Hier darf ich die Massen mich... ...zwängen. So, wupp. Ach, was ist denn so hoch ist der Zaun doch gar nicht. So, weil da noch will ich mich ins Gasthaus dann noch hier. Was ist denn das? Ach, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht, aber ich nehm es euch mal mit. Lass den, äh... ...was Gong erschallen, damit es alle erfahrt. Was ist denn Funk Gong? Ja, mach doch mal. Was ist denn Funk Gong? Ach, ich sag auch, ich seh ein Meister. Wie ist denn der so... ...beschaffen? Ah... Was hat denn der? ...Dulch. Auch nicht schlecht. So, wo sind wir denn, äh... ...was für ein Gong? Na, wir müssen doch in Denkung mal selber irgendwie, ne? Machen. Ich wills mich ja ins... ...Gasthaus hocke. Mal, ne? Komm rein ins Gasthaus. Halt, hier kann man noch ein Buch lesen. Zack, 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 zack. Haben wir das auch gelesen? Noch irgendwo ein Büchlein hier zum lesen? Nein, nicht zum lesen. Okay, ihr Leute. Wie sieht's nicht hier hinten aus? Oh, das ist ja geil. Da kann man angeln und... Oh, sehr schöne Landschaften hier. Juh, dann wünsch ich euch noch was. Und, äh, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschööööö. Viel Spaß beim Anschauen.